Das sind die Eternals, ein kosmisches, unsterbliches Team von Superhelden. Zu Beginn kämpften sie Seite an Seite, um die Menschheit vor den gefährlichen Kreaturen namens Deviants zu beschützen. Lernen wir nun Sprite kennen. Aber lasst euch nicht täuschen. Obwohl sie aussieht wie ein Kind, ist sie in Wahrheit tausende Jahre alt. Mit Hilfe von kosmischer Energie erschafft sie außergewöhnliche Illusionen. Diese Energie hat sie von den Celestials erhalten, den kosmischen Schöpfern von allem, was existiert. Sprite täuscht mit ihren Illusionen ihre Feinde und manchmal auch ihre Freunde. Über die Jahre bot sie mit ihren Illusionen Unterhaltung und erzählte Geschichten, welche die Mythen und Märchen der Menschen prägten. Mit vereinten Kräften konnten die Eternals die Deviants schließlich besiegen und verteilten sich auf der ganzen Welt. Doch nun, hunderte Jahre später, sind die Deviants zurückgekehrt. Um die Welt und die gesamte Menschheit zu retten, müssen sich Sprite und die Eternals wieder vereinen und dabei ihre Unsterblichkeit aufs Spiel setzen. bes Expectations 3 3 4 6 6 Vielen Dank.